Der Gemeinderat Tübingen hat jetzt einstimmig eine Resolution zum Natursteinpark Rongen beschlossen. Der Recyclingbetrieb für Steine im Schintau steckt in rechtlichen Schwierigkeiten. Offiziell gilt das Gebiet als Wald und hier ist Gewerbe verboten. Die Suche nach einem Alternativstandort ist laut Aussagen der Gemeinde erfolglos geblieben. Hinzu käme, eine Umsiedlung von 40.000 Tonnen Steinmaterial wäre nicht nur kostenintensiv, sondern auch eine ökologische Belastung. Mit der Resolution appelliert der Gemeinderat an das RP Tübingen und an die entsprechenden Landesminister, eine rechtliche Möglichkeit für die Erhaltung des Natursteinparks zu schaffen, um die Wiederverwertung von Steinen auch weiterhin zu ermöglichen.